weg weg nicht weg ergibt gerade mal total keinen Sinn ok also das ist schon eine 18 Kapazität das ist 127 und kostet weniger logisch ist es weg äh ja es ist weg es ist jetzt ein anderes Item da weil es natürlich immer wieder sehr viel scheißer ist und da upgrade upgrade special deck äh ah Munitionskapazität Revolver steckert die Munitionskapazität dann hast du Revolvers auf 80 ich hab kein Revolver ok egal ähm 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 k außer kommen es hat er das letzte Ziel ich liebe dich dafür Sommer kaufen Sommer oder kein Sommer ne ok egal gerade sowieso Munition wie am Rande äh wie ganz viel ja halt ganz viel äh achso ich hab cool sag ich ja es gibt Munition wie am Volk Egal dam dam dadadam dam 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 dämm dem dämm dämm dem dämm 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 Munition die Pods ich kann sonst nichts nutzen Hä das ergibt keinen Sinn naja man kann ja nicht behaupten dass Dinge Sinn ergeben und dass kein Dungeon sondern nur ne andre Welt Das ist auch toll. So, wahrscheinlich durch die Bühne. Oder ist auch so was? Die. Okay. Oh, da kommt. Oh, da kommt schon wieder. Oh mein Gott! Autsch! Erwischt! Autsch! Die, doch. Was ist das? Ach, schlechter. Ja! Oh! Ausgewicht. So. Also man kann sagen, es ist praktisch. Fallout 3 im Comic-Stil. In etwa. Wow! Alter! Mach das nicht nochmal. Was ist das? Granaten, ah. Wieso hab ich mir denn welche gekauft? Ich hasse dich. Okay. Was ist das? Was ist da drin? Wollen wir jetzt jemanden für? Pistole! Okay. Da ja. Da lang, da lang, da lang. Let us go. Wasser! Und ein Gerad. Und es ist dunkel. Geheimnisvoll. Ah! Was? Oh my god. Erfelschlägezeug. Ladyfinger. Was? Och man! Ich weiß das! Omnia Vicit Amor. Hä? Zielgenauigkeit ist viel höher. Vollartes höher. 100% Schaden bei kritischer Treffer. Oh my god. 48% Rückstoßverringerung. 47% Zielgenauigkeit. Geiles Ding. Also plus, 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 plus. Plus 100% Schaden bei kritischer Treffer. Also kann man über 100% haben. Es gibt auch sehr viel. Oh, das ist bei 100% Schluss. Hm, whatever. Äh, Schaden. Was bedeutet eigentlich, dass mal 11 das da immer wieder aufleuchtet? Naja, egal. Es ist besser. Es ist eine bessere Garten. Und das zählt. Auch wenn ich keine Shotguns mag. Aber egal. Also mal ausrüsten. 11 und das 14. Sollen wir das tun? Zielgenauigkeit. So viel ist die Zielgenauigkeit auch nicht. Aber 100% Schaden bei kritischer Treffer ist gut. Ach, egal. Komm, nehmen wir. Komm. Egal. Egal. Guck. Egal. Fortschaden. Egal. 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 Ah, so und da ist das wieder. Ah, ich... Ja! Ah! Viel höhere Feuerer, das ist gut. Finde ich toll. Weil auch voll toll finde ich, ist, dass der Schild sich auflegt. Boah, ich hab grad irgendwie voll Walk-Oplivion umzuspielen. Welche Nachlitzes-Plane, denk ich mal, wieder anbinden. Ein paar Paar. Boah! 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 Ich will hier nicht mal hin, ich voll hier. Na da! Ach, du! What the fuck? What the fuck was that? What the fucking fuck? Dürr! Ey! Oh, boah! So, der Schaden ist echt für'n Arsch. Echt? Dann nehm ich lieber den Red Nester Peter wieder. Mir kommt schon vor, dass man kritischen Treffer landet. Das ist ja auch... Shotgun-Munition. Wer braucht Shotgun-Munition? Ich... Ah, scheiße, weil ich jetzt ne Shotgun hab, oder wie? Ich will keine Shotgun-Munition. Was ist hier? Deine erste große Prüfung steht vor der Tür. Ich hoffe, du bist gut gewappnet. Was? 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 Meine erste große Prüfung? Ich bin überhaupt nicht gewappnet. Ich hab's am Tag erwappnet. Okay. Okay. Mehr nicht. Ich bin... Überhaupt nicht gewappnet. Okay. Checkpoint. Also, scheiß drauf. Okay, mach ich. Was war das? Oh schon. Okay. Ähm... Standard. Ne. Okay. Gehen wir mal rein. Ey. Oh. Ich hab Angst. Eigentlich nicht auch. What soll's? Oh. Lass mich nicht hier. Äh. Oh. Ja, sollen wir... Unser Waypoint check da auch noch hin. Scheiße, wir können den gar nicht. Wir können gar nicht von das. Also können wir schon mal das. Also können wir die Flasche ziehen. Nur zu unsere Weins chaos! Soll ich auch weg? Ich sollte das haben. Warte ich um... Das ist ja... Oh. 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 Was war das? Das ist ja so... Oh. Was war das war das? Nein, mein Schild. Ah, mein Schild. Nein, mein Schild. Mach mein Schild nicht kaputt. Junge. Stirb. Du hast einen Granaten-Wort. Ah. Beim Schuss in das Verhalten der Granaten-Hohmwasser. Na, Granaten-Hohmwasser. Ja, okay. Okay, mal gucken. Ah, exklusiv Klebe. Hätten wir das gekauft, hätten.